Hallo, ich bin Elisabeth und ich würde euch heute den neuen Philips Gogey Connect 3 zeigen. Den gibt es, das ist ein ganz normaler MP4-Player, also spielt halt Musik ab und HD-Videos. Aber das Besondere ist, dass man auch mit WLAN ins Internet gehen kann. Das heißt, mit diesem Android-Software kann man sich alle Apps runterladen über den Android-Market. Über 300.000 Apps gibt es dort. Man kann zum Beispiel Angry Birds spielen, auf YouTube surfen und natürlich ist Philips Songbird dabei. Das heißt, die Musik kann man auch hören. Es gibt eigentlich alle Apps, die man so braucht. Das ist auch einen ziemlich guten Preis, 150 Euro erhältlich.